Moin Moin und herzlich Willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal HEN 96. Heute kommt eine kurze Analyse beziehungsweise vielleicht auch eine etwas größere Analyse, mal schauen zum Spielhannover 96 gegen SV Darmstadt 98 am fünften Spieltag der zweiten Spieltag der zweiten Fußball Bundesliga 2021. Herzlichen Glückwunsch Hannover 96 zur Niederlage mit 0 zu 4. Herzlichen Glückwunsch an die komplette Mannschaft für diese super Leistung, die er da wieder abgezimmert hat auf dem Platz. Das war eine absolute Nichtleistung. Das war Unvermögen ohne Ende. Erstmal jetzt ernsthaft gesagt Glückwunsch an Darmstadt zum verdienten, zum hochverdienten Sieg, sag ich euch ganz ehrlich. Das war gar nichts von 96 aus, von der Spielweise. Überhaupt nicht zwingend, war gar nichts, gar keine Spielfreude, kein Spielwitz, das war nix. Elfmeter noch verschossen, also das hat eigentlich gepasst zum ganzen Spiel. Gehen wir mal chronologisch vor, 1 zu durch, Pfeiffer in 21. Minute. Was war das denn für eine Abwehrleistung? Jetzt mal ganz im Ernst, was war das? Also 2-0 genauso, was war das? Moroja und Franke, die hören einfach auf zu spielen. Die haben einfach keinen Bock mehr auf einmal. Heben die Hand und glauben, ja der Schiri pfeift schon. Ne, natürlich pfeift er nicht. Ich weiß nicht, ob es aus war, aber war anscheinend nicht aus. Dann spielt man aber trotzdem weiter. Das weiß man doch. Dass man nur aufhören sollte, wenn der Schiri abpfeift und nicht, wenn man selber der Schiedsrichter für sich selbst praktisch ist und sagt, nö, das war jetzt ein Foul. So ein Unsinn. Und dadurch hat man natürlich, das hätte man locker verteidigen können. Locker. Ja, das war eigentlich, da war das Spiel eigentlich schon vorbei zur Halbzeit. Seien wir mal ehrlich nach so welchen Situationen. Und 96 selber gar nichts. Dann kam der Elfmeter. Es war einer, ohne Frage nach der Ecke. Aber jetzt mal ganz im Ernst, auch die Standards, das war gar nichts. Da wäre nichts rausgekommen. Das war nichts. Da muss Nia vom Punkt. Warum muss Nia schießen? Okay, im Nachhinein kann man immer den Spieler kritisieren. Will ich gar nicht. Unplatziert geschossen. Passte einfach zur momentanen Situation bei Lohre 96. Das ist einfach nichts. Das war unvermögen. Da darf man sich auch nicht wundern, wenn er so schießt, dass er den hält. Aber naja, im Nachhinein weiß man es eh immer besser. Und zu guter Letzt noch die letzten zwei Gegentore durch Schnellhardt. Was macht er? Natürlich legt er im Rückraum. Warum steht da keiner? Warum steht da Ernst nicht? Warum steht da Kaiser nicht? Warum steht da kein Innenverteidiger? Also so viele Fragen sind offen. Also bei diesem 4-1-4-1-System, was überhaupt nicht funktioniert hat. Also ich bin echt froh, dass wir neue zwei Mittelfeldspiele haben. Und wir brauchen unbedingt diese Offensivspieler, diesen Knipser im Sturm. Wir brauchen diese Tore. Das gibt doch dann mehr Sicherheit. Also ich weiß auch nicht, was mit Franke. Franke war und Moroja. Also die beiden. Also waren ganz viele schlecht. Also im Prinzip waren alle schlecht. Ich will nicht auf ein, zwei alleine drauf hauen. Alle waren schlecht. Bis auf Zieler. Der hat wieder solide gespielt. Was soll? Dann machen wir den Gegentor jetzt mal ganz im Ernst. Jetzt schaue ich mal ein bisschen nach vorne. Länderspielpause. Jetzt habe ich mich genug aufgegriffen. Länderspielpause. Zwei Wochen werden sie auch nicht trainieren können mit dem fast kompletten Kader. Die neuen Neuzugänge werden dann richtig integriert in die Mannschaft. Werden dann herangeführt an die Spielweise von 96. Wenn es da überhaupt eine Taktik oder eine Spielstruktur gibt. Ich glaube, da gab es überhaupt gar keine für das Spiel. Also ich habe es zumindest nicht gesehen. Ja, dann geht es gegen St. Pauli. Da ist schon wieder Siegpflicht. Also wir sind ja zwei Wochen lang auf dem 17. Tabellenplatz. Okay, Tabelle. Wir sind punktgleich mit dem 11. Obwohl Rostock spielt noch. Und das kann man alles noch nicht so ernst nehmen. Aber trotzdem vier Punkte nach fünf Spielen oder nach fünf Spielen, das ist einfach gar nichts. Das ist einfach nichts. Da müssen sie sich auf jeden Fall steigern. St. Pauli sind schon wieder drei Punkte Pflicht. Und gegen Kiel müssen sie auch punkten. Also wenn die nächsten zwei Spiele müssen sie mindestens insgesamt vier Punkte holen. Wenn nicht sogar sechs. Also das sind keine guten Aussichten für die nächsten Spiele. Aber ich weiß nicht. Heute habe ich keinen Optimismus. Ich hoffentlich morgen kommen vielleicht die neuen Stürmer. Also wir brauchen mindestens eigentlich noch zwei Offensivspieler. Eigentlich noch zwei Stürmer, die für Weyland spielen. Weil Weyland ist einfach nicht gut genug für die zweite Fußball-Bundesliga, um Stamm zu spielen. Um auch irgendwas zu erreichen zu wollen. Muss man einfach ganz ehrlich feststellen. Der beste Torschütze ist weg. Duksch weiß nicht, ob er irgendwas bewegt hätte gegen Darmstadt. Das weiß man natürlich immer nicht. Aber neue Stürmer brauchen wir. Ob Hinterseer der richtige Mann ist, weiß ich nicht. Ist auch eher der Spielertyp wie Weyland. Wir brauchen eigentlich lieber einen Spieler, den man auch mal in die Tiefe schicken kann, der durch Schnelligkeit kommt und vielleicht kann man den ja verbinden mit Mammouche, also Hinterseer und Mammouche oder so. Und Weyland dann auf der Bank. Weil Weyland als Startelfspieler, das wird einfach nichts. Das ist einfach, jetzt haben wir nicht gut genug, muss man ganz ehrlich sagen. Ich mag Weyland. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich finde es auch richtig toll, wie er sich 96 reinhaut und wie er 96 lebt. Das tut er auf jeden Fall. Das will ich überhaupt keinem in Abrede stellen. Vor allem nicht Weyland. Aber da muss noch deutlich mehr kommen. Ich hoffe, er bringt die Leistung wieder, wie er schon mal gebracht hat, ohne Frage. Ja, das war es mit dem Video. Schreibt nochmal in die Kommentare. Bis dann. Schönes Wochenende noch und bis demnächst. Ciao.